Moin und ganz ganz liebe Grüße von mir. Heute gibt es mal wieder ein kleines Video vom schönen Bückeberg, von Herrn Muck und von mir. Und wir sind relativ spät abends unterwegs gewesen, das gleich vorweg. Im Schaumburger Land ist der Sommer angekommen. Also die letzten Tage war es nicht nur warm, es war drückend heiß. Der Hund hat wirklich am Boden gelegen und gehechelt. Und ja, also wir sind frühmorgens ausgegangen, wir sind spät abends in der Nacht ausgegangen und dazwischen haben wir das auf ganz ganz kleine Ausgänge beschränkt. Und nun war heute so etwas wie, na ein Mini-Gewitter will ich noch nicht mal sagen, aber es hat sich ein klein wenig abgekühlt. Und man sieht das, der Herr Muck hat gleich wieder die Power, ist relativ schnell unterwegs und das haben wir eben genutzt und sind in den Abendstunden noch am Bückeberg unterwegs gewesen. Ich finde die Natur da mega, mega nice, mega schön, einfach nur ganz, ganz herrlich. Und ja, was soll ich sagen, den Herrn Muck, dem gefällt das da auch sehr gut und der hat das auch genossen, wie die ganze Natur auch, dass es mal ein bisschen sich abgekühlt hatte, dass mal etwas Regen runtergekommen war. Also mega, mega schön war das von der Atmosphäre her, das kann man gar nicht so transportieren, hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ja, das soll es mit diesem Kurzgruß vom Bückeberg auch schon gewesen sein. Ich sage ganz, ganz liebe Grüße, bleibt gesund und bis zur nächsten Video. Ciao.